Hallo liebe Strandfreunde, hier ist der Anton von Beach Inspector und ich befinde mich heute an der westlichen Spitze von Teneriffa, genauer gesagt am Playa de las Arenas. Ja, diese kleine steinige Bucht lebt von ihrer imposanten Umgebung. Da türmen sich zu meiner Rechten sehr sehr mächtige Klippen auf, die dem Strand eine besondere Atmosphäre verleihen. Vom Baden können wir hier dezidiert abraten, da die Strömung sehr sehr stark ist und die Wellen sehr sehr hoch. Wer sich dennoch erfrischen will, kann dies in den natürlichen Pools tun, die sich hier zwischen den Felsen formieren. Außerdem können wir euch noch sehr sehr wärmstens ans Herz legen, das Restaurant am östlichen Ende des Strandes aufzusuchen. Dort können Sie auf einer großflächigen Terrasse etwas so oben die wunderschöne Aussicht auf die Klippen genießen.